Was ist die Qualitätsentwicklung? Feedback und Technik. Neben Hintergründen zum Thema finden Sie in den Videos viele Beispiele und praktische Tipps, wie Sie Qualitäten Ihrer Online-Veranstaltung entwickeln. Viel Spaß dabei! Methodenvielfalt, aktive Arbeitsformen und Lernprodukte. Lernen geschieht auch in Online-Veranstaltungen am besten aktiv und selbsttätig. Das reine Konsumieren von vorgetragenen Inhalten ist zwar eine beliebte, aber wenig nachhaltige Form der Vermittlung in Online-Veranstaltungen. Auf der anderen Seite sollten Sie Ihre Teilnehmer auch nicht überfordern, indem Sie von vornherein auf eine Vielzahl von kollaborativen und interaktiven Programmen setzen. Der Weg sollte daher vom Einfachen zum Komplexen führen. Das SAMR-Modell drückt dieses Spannungsfeld bei Medien und Methoden aus. Manche digitale Medien ersetzen bestehende, analoge Medien nur. Substitutionen, manchmal mit Verbesserungen, manchmal auch ohne. Augmentationen. Andere digitale Medien ermöglichen die Umgestaltung, Modifikationen von analogen Aufgabenformaten hin zu Aufgabenformaten redefinitionen, die im analogen Präsenzunterricht nicht möglich wären. Leichter ausgedrückt ist es mit digitalen Methoden wie beim Schwimmlernen. Zuerst ist das Nichtschwimmerbecken sinnvoll, um erste Erfahrungen zu machen. Profis trauen sich ins tiefe Wasser oder schwimmen frei. Wir beginnen hier auch mit dem Nichtschwimmerbecken, mit einfacheren Beispielen, bevor aufwendigere Apps und Programme vorgestellt werden. In drei Schritten steht hinter allem immer die Frage, wie die Aktivität der Teilnehmer verbessert werden kann und es dadurch zu mehr Abwechslung, Einbindung und Lernerfolg kommen kann. Drei Asse sollte man zur Aktivierung im Ärmel haben. Aufgaben, Apps und aktive Arbeitsphasen. Im Folgenden schauen wir uns die drei Schritte genauer an. Schritt 1 Präsentationen mit Aufgaben versehen. Schritt 2 Präsentationen mit Apps umgestalten. Und Schritt 3 Arbeitsphasen gestalten. Schritt 1 Präsentationen mit Aufgaben versehen. Präsentationen sind die am häufigsten verwendeten Medien in Online-Veranstaltungen. Sie lassen sich mit einfachen Mitteln so umgestalten, dass die Aktivität von Teilnehmern gesteigert wird. Unterteilen Sie dazu die gewünschten Vermittlungsinhalte in Kapitel, zu denen Sie jeweils einen Arbeitsauftrag auf einer Folie voranstellen und nachfolgen lassen. Aufgaben werden meist am Ende eines Kapitels formuliert, wobei das Wissen über den zugehörigen Auftrag beim Zuschauer zu einer anderen Motivation und Aufmerksamkeit führen kann. Einfache Aufgabenformulierungen in Präsentationen sind zum Beispiel Formulieren Sie für das folgende Kapitel eine Frage, erläutern Sie den Inhalt des folgenden Kapitels oder finden Sie eine praktische Anwendung. Dies sind nur drei von vielen Beispielen zur einfachen Aktivierung der Teilnehmer während einer Präsentation. Achten Sie auf die Zielgruppe, die Sie ansprechen wollen. Schritt 2. Präsentationen mit Apps umgestalten Für noch weitergehende, aktivere Präsentationsphasen können Sie in einem zweiten Schritt Apps und Aufgabenformate zur Aktivierung der Teilnehmer einbinden. Drei Beispiele dazu. Mit der App Mentimeter erstellen Sie Umfragen und Quizfragen, die Bezug zu Ihren Inhalten haben. Sie können sogar Ihre gesamte Präsentation mit dem Programm erstellen. Ein Meinungsbild kann von den Teilnehmern während der Präsentation erhoben werden. Mit der App Kahoot erstellen Sie ebenfalls Umfragen oder Quizfragen. Das Kahoot Quiz eignet sich allerdings mehr, um vor und nach einem längeren Input eingesetzt zu werden. Teilnehmer erkennen hier im Quiz vorweg, welche Inhalte sie erwarten und in der Wiederholung nach dem Input, welchen Wissenszuwachs sie nun haben. Kahoot lassen sich gemeinsam im Plenum von Teams oder Einzelpersonen lösen oder können als Challenge per Link verschickt werden. Mit der App Learning Apps erstellen Sie kleine Übungsspiele und Übungsaufgaben, die den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, ihr eben erhaltenes Wissen anzuwenden. Schon mit diesen einfachen Tipps gestalten sich präsentationsbasierte Webinare deutlich aktiver. Sie lassen sich natürlich auch ohne eine Präsentation als Grundlage verwenden. Schritt 3 – Aktive Arbeitsphasen gestalten Fragen oder Aufgaben in Präsentationen, selbst wenn sie mit Apps und Programmen gestaltet wurden, ermöglichen meist nur kurzfristige Aktivierungen und sind sehr an den theoretischen Input gebunden. Doch wie können Sie längere aktive Gruppenarbeiten, kooperative Visualisierungen und selbstgestaltete Lernprodukte Ihrer Teilnehmer in Ihre Veranstaltung einbinden? Mit eigenständigen, aktiven Phasen in Ihrer Webinarstruktur. Nutzen Sie neben Theorie-Inputs in frontalen Präsentationsphasen oder aktivierten Präsentationen dezidiert auch ausgewiesene aktive, kooperative Lernphasen. Die Dauer solcher Lernphasen sind abhängig von der jeweiligen Methode. Sie können bei kurzen Rechercheaufträgen 5 bis 10 Minuten dauern, aber auch durchaus eine halbe Stunde. Wenn zum Beispiel gemeinsam ein Skript mit Aufgaben beantwortet wird oder ein Lernprodukt, zum Beispiel eine Mindmap für eine Kurzpräsentation, erstellt wird. Oder wenn ein Aufgabenkatalog auf einem kooperativen Dokument gemeinsam bearbeitet wird. Gerade für solch längere aktive Lernphasen benötigen Sie Arbeitsaufträge und Werkzeuge, mit denen Ihre Teilnehmer zusammenarbeiten können. Neudeutsch auch Tasks and Tools. Wir stellen die Aufgabenstellungen den Werkzeugen voran. Zu den Arbeitsaufträgen, Tasks. Tasks, also Arbeitsaufträge, können auch in Online-Veranstaltungen so formuliert sein, dass Teilnehmer selbstständig aktiv werden. Zum Erarbeiten, zum Anwenden, zum Üben. Dies geht wir auch in Präsenzveranstaltungen, in Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit oder im Plenum. Geben Sie zum Beispiel in Einzelarbeit einen Arbeitsauftrag aus, bei dem die Teilnehmer eine kurze Recherche im Netz betreiben, eine Aufgabe zu einem Video- oder Hörbeitrag erledigen oder ein Lernprodukt erstellen. Selbst Experimente und Bastelaufgaben lassen sich ohne weiteres geben, soweit die Teilnehmer im Vorwege die notwendigen Materialien bereitlegen konnten oder zugesendet bekommen haben. Geben Sie zum Beispiel in Gruppenarbeit einen Arbeitsauftrag aus, bei dem zwei Teilnehmer sich miteinander austauschen. In den meisten Video-Chat-Plattformen lassen sich dazu Gruppen einteilen, in denen per Audio-Chat miteinander gesprochen werden kann. Steht diese Funktion nicht zur Verfügung, lassen sich Gruppenaufträge auch umsetzen, indem dazu aufgerufen wird, in einer vorgegebenen Zeitspanne per Telefon Kontakt zueinander aufzunehmen. So lassen sich sogar digitale Kugellager durchführen. Eine Methode, bei der immer zwei Personen miteinander Inhalte vergleichen, bis nach wenigen Minuten zur nächsten Person gewechselt wird. Geben Sie zum Beispiel an das Plenum einen Arbeitsauftrag aus, bei dem ein gemeinsames Ziel erreicht werden soll. Mit kollaborativen Werkzeugen kann zum Beispiel ein Puzzle gelegt, ein Dokument zeitnah gemeinsam geschrieben oder eine Mindmap ergänzt werden. Als digitales Breakout wird die Methode beschrieben, wenn mehrere Lösungswörter oder Zahlenkombinationen von Teilnehmern in einer bestimmten Zeit entdeckt werden müssen, um ein Schloss zu öffnen. Zahlreiche Arbeitsaufträge aus analogen Präsenzveranstaltungen lassen sich mit ein wenig Überlegung und Anpassung in digitale Online-Veranstaltungen übertragen. Sie spielen in digitalen Veranstaltungen sogar eine noch größere Rolle als in Präsenzveranstaltungen, um die Veranstaltung abwechslungsreich und interessant zu halten und Teilnehmer nicht indirekt oder sogar direkt abschalten zu lassen. Sie machen den Unterschied. Eine Online-Veranstaltung kann natürlich auch rezipierend als reiner Vortrag gestaltet sein. Es stellt sich dabei aber die Frage, warum der Inhalt dann nicht als Video konzipiert wurde. Online-Veranstaltungen haben die Möglichkeit zur Interaktion. Mit Arbeitsaufträgen kann diese Möglichkeit genutzt werden. Arbeitsaufträge führen aber nicht nur zur Interaktion zwischen Teilnehmer und Webinarleiter, sondern auch zu Interaktionen zwischen den Teilnehmern und zur Interaktion des Lernenden mit seinem Lernstand. In Lernprodukten, selbst erstellten Inhalten von verschiedener Komplexität, ist diese Interaktion mit dem Lerngegenstand möglich. Ein Lernprodukt kann ein Link sein, der in den Chat gepostet wurde, oder eine Antwort, die eine Gruppe gemeinsam zu einer Aufgabe formuliert hat. Diese beiden Beispiele sind allerdings nicht besonders anspruchsvolle Lernprodukte. Sie sind wenig aufwendig und in den meisten Fällen auch nicht besonders fordernd. Komplexere Aufgabenstellungen ermöglichen die tiefergehende Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand und werden in anspruchsvolleren Lernprodukten festgehalten. Beispiele für solche Lernprodukte bezogen auf einen ausgegebenen Text im Schulkontext gibt es viele. Selbstgeschriebene Texte, Comics, Mindmaps, Skizzen, Fotostories, Stop-Motion-Filme, Chats, Stichwörter, Zeichnungen, Sketchnotes, Filmstreifen, Puzzles und vieles mehr kann Ausdruck des eigenen Lernstandes sein, wenn es mit geforderten Fachinhalten verknüpft wird. Viele Apps und Lernprogramme, wie zum Beispiel Learning Apps, geben einen Rahmen für Lernprodukte vor. Aber auch ganz offene Aufgabenformate sind nutzbringend. Je nach Lerngruppe, Thema und Zeitaufwand muss geplant werden, welche Offenheit und welche Hilfstellungen ermöglicht werden. Mithilfe einer Foto-App lassen sich eine Vielzahl analoger Lernprodukte einfach in die digitale Welt überführen. Eine Skizze, ein Plakat, ein Aufbau, ein Bild. Per Foto wird es in die digitale Welt übertragen. Für die Darstellung der erstellten Lernprodukte bietet es sich an, diese in Sicherungsphasen miteinander zu vergleichen, digital zu sammeln und Rückmeldungen an die Teilnehmer zu geben. Teilnehmer können dann ihre Lernprodukte erweitern und ausbauen. Mit einem Foto ist das natürlich nur bedingt möglich, eine digitale Mindmap, die gemeinsam per Link geteilt wird, schon eher. Besonders gut sind Lernproduktformate, die ermöglichen, dass ein Lernprodukt nach der Fertigstellung weiter bearbeitet werden kann. Vielleicht sogar von mehreren Personen. Es geht dabei nicht um Produktivität, sondern um Vernetzung und Entwicklung. Viele der digitalen Werkzeuge ermöglichen genau das. Ein einfaches Beispiel für ein digitales Lernprodukt, das Wissen abbildet und die Möglichkeit zur Weiterentwicklung gibt, ist das E-Portfolio. Ein Lerntagebuch, das mittels eines Blogs oder in einer Lernplattform verfasst, geteilt, begutachtet, kommentiert, verändert und erweitert wird. Datenschutz ist hier natürlich auch wieder zu beachten. Zu den Werkzeugen. Tools. Tools oder Werkzeuge zur aktiven Arbeit in Online-Veranstaltungen sind zum einen schon in der Video-Chat-Software enthalten und zum anderen zahlreich in App-Stores zu finden. Die große Vielfalt erschwert den Einsatz aber auch, weil vorausgesetzt werden muss, dass alle Teilnehmer über die notwendigen Werkzeuge verfügen. Geeignet zeigen sich damit vor allem Werkzeuge, die vom Veranstalter eines Webinars vorweg vorbereitet werden können und ohne Anmeldung und besondere Voraussetzungen weitergegeben werden können. Und Werkzeuge, die aufgrund ihrer Einfachheit nahezu überall vorhanden sind. Das einfache digitale Markieren eines Textes oder das Erstellen eines Fotos von einer händisch gemalten Zeichnung oder Sketchnote sind solche einfachen Werkzeuge. Generell also auch alle analogen Aufgabenformate, die mit ein wenig Technik in die digitale Plattform eingepflegt werden können. Als weitere Werkzeuge haben sich kollaborative Tools etabliert. Bitte beachten Sie vor der Verwendung die für Sie jeweiligen datenschutzrechtlichen Vorgaben. Digitale Pinnwand – Padlet Das Programm Padlet stellt dem Nutzer eine digitale Pinnwand zur Verfügung, die von Teilnehmern eines Webinars auf ihrem Browser abgerufen werden kann und in Echtzeit mit Informationen ergänzt werden kann. Teilnehmer des Webinars können so zum Beispiel Informationen und Inhalte während einer Vortragsphase kooperativ sammeln oder Kommentare zu bereits vorgegebenen Inhalten verfassen. Das Design und die Anordnung der Pinnwandkarten kann angepasst werden und Medien wie Links, Fotos und PDFs können den Karten zugefügt werden. Padlets erhalten eine feste Adresse, unter der die fertige Pinnwand dauerhaft im Netz zu finden ist. Mithilfe eines Passworts lassen sich Pinnwände für eine bestimmte Personengruppe vorhalten. Eine Anmeldung ist für die Mitarbeit an einer Pinnwand nicht nötig. Lediglich zum Erstellen einer Pinnwand wird ein Benutzeraccount benötigt. Mithilfe der Exportfunktion lassen sich die Ergebnisse eines Padlets als PDF verschicken. Alternativen zu Padlets sind unter anderem Trello, Slack oder Stormboard. Digitale Dokumente G-Drive Mithilfe kollaborativer Dokumente können Sie Vorlagen in Echtzeit von Teilnehmern erstellen oder ergänzen lassen. Geben Sie bei G-Drive zum Beispiel ein Skript mit verschiedenen Aufgaben vor, das per Link an die Teilnehmer freigegeben wird. Ohne vorherige Anmeldungen können die Teilnehmer das vorgegebene Dokument direkt in Ihrem Browser ergänzen und so zum Beispiel Fragen oder Aufgaben bis hin zu komplexen Aufgabenblättern erledigen. In einem Verlauf können Sie Änderungen eines Dokuments nachvollziehen. Anbieter großer Office-Pakete wie zum Beispiel Microsoft oder Apple bieten gleichwertige Angebote für Ihre Pakete an. Mithilfe der Exportfunktion lassen sich Ergebnisse auch hier im Nachgang als PDF verschicken. Alternativen zu G-Drive sind unter anderem das Zum-Pad, Edu-Pad oder Tutory. Digitale Mindmap Coggle Ähnlich wie eine digitale Pinnwand können Mindmaps eine Webinarveranstaltung vorstrukturieren oder protokollieren. Coggle ermöglicht das kollaborative Arbeiten als Mindmap oder in Verlaufsdiagrammen. Vorgaben, die der Webinarleiter hier vorbereitet können, so zum Beispiel von Teilnehmern ergänzt und in Echtzeit angepasst, zum Beispiel um Bilder ergänzt werden. Eine Anmeldung der Teilnehmer ist auch hier nicht nötig. Alternativen zu Coggle sind Mindmeister, Wise Mapping oder Miro. Weitere Apps und Programme Diese dargestellten digitalen Werkzeuge stellen nur einen sehr kleinen Teil weiterer Angebote im Internet dar. Einen guten aktuellen Einblick über aktuelle Werkzeuge erhalten Sie in Fachportalen und speziell in Fachgruppen in sozialen Medien, wie zum Beispiel dem Twitter-Lehrerzimmer auf Twitter. Alle bislang dargestellten Werkzeuge setzen überwiegend auf den Einsatz im Internetbrowser, der bei Webinaren immer noch den Hauptbestandteil ausmacht. Achten Sie aber darauf, dass gegebenenfalls Teilnehmer Ihrer Veranstaltung auch über ein mobiles Endgerät teilnehmen und es damit zu technischen Schwierigkeiten kommen kann. Auf der anderen Seite können Sie im Bereich des mobilen Lerns auf Handys und Tablets viele zahlreiche weitere Tools und Programme finden, mit denen Ihre Teilnehmer digitale Lernprodukte erstellen und in Webinaren einbringen können. Digitale Textmarkierungen, Skizzen und Aufzeichnungen, zum Beispiel mit den Apps GoodNotes oder iAnnotate, können Sie nicht nur von Ihren Teilnehmern mit Tablet verlangen, sondern können Sie auch selbst als Grundlage für Ihr Webinar nutzen. Sie benötigen dazu eine Möglichkeit, Ihr Tablet oder Mobiltelefon mit Ihrem Computer zu verbinden. Auf dem iMac funktioniert dies zum Beispiel über das Programm X-Mirage, mit dem ein Airplay-Fenster auf dem Bildschirm simuliert wird. Geben Sie Ihren Teilnehmern nun Ihren iMac-Bildschirm frei, sehen Sie im Fenster von X-Mirage Ihre Eingaben auf dem iPad oder iPhone. So lassen sich nicht nur kurze technische Tutorials zeigen, sondern auch in Echtzeit Zeichnungen und Tafelbilder entwerfen oder Lernprogramme gemeinsam durchführen. Das Tablet oder Handy wird mit diesem Trick zu einem digitalen und online verfügbaren Overhead-Projektor oder Whiteboard. Besondere Bedeutung hat im Zusammenhang mit Tafelbildern und Vorträgen die Methode der Sketchnotes gewonnen. Hinter dem Begriff steht das Zeichnen von einfachen Skizzen und Verlaufsgrafiken und Ordnungssymbolen in Kombination mit einzelnen Wörtern. Vorträge werden so live mit Bildern untermalt. Sketchnotes lassen sich aber auch in der Vorbereitung zur Visualisierung von Inhalten verwenden und ermöglichen anschauliche digitale Tafelbilder. Lernen kann man das Zeichnen von Sketchnotes in zahlreichen Tutorials im Internet. Vor dem Hintergrund all dieser Möglichkeiten sollte ein gesundes Maß an eingesetzten Werkzeugen in die eigene Veranstaltung eingeplant werden. Wie im Präsenzunterricht sollten neue Werkzeuge zuerst einmal erläutert und in Ruhe von den Teilnehmern eingeübt werden. Beginnen Sie doch erst einmal mit einer Arbeitsphase, einem neuen Werkzeug und einem neuen Arbeitsauftrag in Ihrem kommenden Webinar. Mehrere Minuten Stille während einer Arbeitsphase wirken im Webinar seltsam, gerade wenn man den Arbeitsauftrag nicht mitbekommen hat oder zu spät zum Webinar einschaltet. Wir geben hierzu jetzt noch einen Tipp. Arbeitsphasen sollten also bestenfalls als Auftrag an der Tafel des Webinars vermerkt werden. Die App ClassroomScreen.com wurde dazu schon vorgestellt. Ein Timer kann die Dauer der Arbeitsphase transparent machen. Ergänzen Sie mit einem Audiobeitrag, wenn sich der Countdown den letzten Minuten nähert. Eine angenehme, leise Arbeitsmusik kann diese Arbeitsphasen ebenfalls untermalen. Das war der dritte Teil der Videoreihe. Tools und Tasks in angemessener Vielfalt und Tiefe helfen Ihren Teilnehmern aktiv zu lernen. Ein Quiz oder ein digitaler OHP verändern Ihr Webinar. Tauschen Sie sich über weitere Ideen doch mal im Twitter-Lehrerzimmer aus. Ich hoffe, Sie konnten mit den Tipps etwas anfangen und freuen sich, wie ich, auf das nächste Video zum Schwerpunkt Feedback. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, Sie konnten mit den Tipps einen einen으로en Hintern finden. Ich hoffe, Sie konnten mit den Tipps einen Schwerpunkt mit den Tipps zu lernen.